Den Alltag zu Hause lassen, in der Natur Kraft tanken, auf dem Wasser die Seele baumeln lassen. Entdecken Sie die Mecklenburger Seenplatte und mieten Sie eine Ferienwohnung am Müritzsee. Im malerischen Ort Buchholz bei Röbel bietet die gemütliche Ferienanlage Gästehaus Müritzsee Ferienwohnungen für zwei bis acht Personen, die Gaststätte zum Storchennest, sowie Wohnmobilstellplätze, eine Bootsvermietung und einen Fahrradverleih. Jetzt buchen für einen erholsamen Urlaub am Müritzsee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017